Die Idee von Mario Zimmermann hat XXL-Format, denn es soll die größte Postkarte der Welt werden, die er generalstabsmäßig zimmern will. Dr. Peter Patiorek steht als Schirmherr voll hinter dieser groß angelegten Aktion, die dem Förderein Wir helfen leben, von der Kinderonkologie an der Uni Münster mit Spenden helfen und Münster und dem Münsterland einen Eintrag ins Guinness Buch bescheren soll. Die Postkarte muss dafür eine Größe von mehr als 42 Quadratmetern aufweisen. Für eine Unterschrift wird eine Spende von mindestens einem Euro erwartet. Unternehmen und öffentliche Stellen sitzen jetzt schon für diesen Spendenmarathon in einem Boot, der demnächst startet.